Ich melde mich heute von einem ungewöhnlichen Ort und zwar aus unserem Skiurlaub. Gerade macht sich hier ein ziemlicher Schneesturm auf, glaube ich. Es weht ganz gewaltig und die Flocken fallen schon. Aber ich wollte euch die Gelegenheit nützen und euch etwas zeigen. Und zwar das Buzibu als relativ wurstelfreie Winter-Tragehilfe für Kleine und Größere. Das hier ist der Janik. Sag mal Hallo Janik. Hallo. Wo bist denn du drinnen, Janik? Ich wollte sie jetzt. Herr Janik hat sich sehr gemütlich gemacht. Er hat heute früh schon ein bisschen das Rutschen auf der Piste geübt. Am meisten hat er gelacht, wenn er im Schnee herumgekugelt ist. Ganz ungewohnt, weil meine anderen Söhne haben das nie so lustig gefunden wie er. Und jetzt rudert er sich hier hinten ein bisschen aus. Und ich wollte euch das zeigen. Also auch über eine Winterjacke kann man recht bequem tragen. Ich habe hier keinen Hüftgurt. Ich muss ihn mir nur quasi umhängen. Du bist du stark, weißt du? Ja und die Mama ist stark, sagt er. Gell? Und der Wind ist stark und wir machen ein Video, gell Janik? Ja, das wollte ich euch zeigen. Was ich euch noch zeigen wollte ist, natürlich würde ich auf so einem Weg, wenn dann recht viel Schnee liegt, mit einem Kinderwagen mir schwer tun. Mit einer Trage habe ich es verhältnismäßig leichter. Was ihr aber auf jeden Fall haben solltet, sind wirklich gute Schuhe. Ich hoffe, ich kriege das jetzt da irgendwie drauf. Aber das Gelbe, was ihr seht an meinen Schuhsohlen, das sind Spikes. Achtung! Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Ich will nicht allzu lang auf einem Bein herumturnen. Ja, also meine schöne Urlaubsgrüße. Wir sind hier in Mönchkirchen, also nicht ganz weit weg von Wien, aber immerhin weit genug, dass hier ein bisschen Winter reinkommt und ein bisschen Schnee und nicht mehr Regen wie in Wien. Also dann, habt noch eine schöne Woche. Wir hoffen, dass es jetzt ordentlich schneit und wir richtig, richtig viel Schnee bekommen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss! Sagst du auch noch Ciao? Ciao! Baba!